. 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 Du lässt schon eingeschrieben, Tobias? Ja. Tolle? Ja. Ja. Da ist ja hier oben. Ich bin nicht gelesen. Ähm, siehst du, da ist ... Da sind jetzt wirklich die Zahlungen, oder? Ja. Eigentlich ist das voll golden, so, dass sie länger schlafen und dann ... Ja. Da geht ja doch so. Ja, so. Eigentlich ist das Gemüt in die Marze Hänger. Im Sommer hätte ich länger schlafen können. Ja. Ja. Das finde ich auch wichtig. Nein, im Sommer ist es auch bei uns. Ich bin aber da und dann schon vorgehen und so. Ah ja, heute sind wir schon ein bisschen spät, guck mal. Ich sitze, was schon angekommen. Wenn ich sitze, dann sitze ich natürlich los. Ich möchte wieder so nach oben fahren. Ja, genau. Ja, genau. Das ist vor, dann gehen wir jetzt oben. Ja, genau. Das ist vor, dann werden wir jetzt richtig umgeschaut. Du hast gemeint, das ist Herr Pseuberg. Wir sind ja ganz hinten gewesen da. Ich denke, das ist der Witzel oder? Siehst du das? Nein, ich meine ja ... Der Witzel oder? Ja, der ist da hinten. Ja, aber du siehst auch nicht, wo wir auf dem Pfannen sind. Und den sieht man da nicht, gell? Der ist so hinter da. Der ist noch einmal hinten. Noch einmal hinten da, glaube ich. Ja. Ja. Ja.